Die 25, Thomas Müller! Ich war auf jeden Fall ein kleiner Stöpsel, das Trikot war mit Sicherheit viel zu groß. Als ich da am D-Jugendplatz auf dem Kunstrasen herumgestolpert bin, mit elf oder zwölf Jahren. Der hat viel bejubelt im Moment. 2001, als unser Vorstand, Oliver Kahn, im Elfmeterschießen den entscheidenden Elfmeter gehalten hat und wir dann 2001 Champions-Tik-Sieger wurden. Da war ich als Fan, ich erinnere mich bei meinem Omkrieg mit meinen ganzen Cousins und Freunden und Bayern-Fans aus dem Ort. Und es war schon dunkel, es ging ja ins Elfmeterschießen und dann ist der Moment geschehen. Ein Jubelschrei ging durch meinen Heimatort Pell. Das war so der Moment als Bayern-Fan für mich. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Spiele ich in der Allianz Arena schon bestritten habe. Das ist für mich so, wie wenn ich in mein Wohnzimmer gehe und ich schaue mich um und da sind 75.000 Leute im Wohnzimmer. Dieses Gefühl ist etwas ganz Besonderes. Und wenn der Rasen frisch geschnitten ist, dann gibt es eigentlich nichts Schöneres. Ein Tor zu erzielen vor der Südkurve, das ist ein super Gefühl. Ja, es ist etwas Besonderes. Tore zu erzielen ist, dass die Sahne auf der Torte ist. Aber natürlich vor seinen eigenen Leuten ist es das, wofür man trainiert. Der intensivste Moment war dieses 1 zu 0 im Finale. 2012 gegen den FC Chelsea. Das ist das unbeschreiblichste Gefühl wahrscheinlich meines Lebens. Als die ganze Stadt explodiert ist, diese Kurve, Mitspieler. Und vielleicht gerade auch wegen dieser Dramaturgie im Anschluss sowohl, dass wir verloren haben 2012, als auch, dass wir dann ein Jahr später den Titel geholt haben, ist das irgendwie eine runde Sache. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.